Servus wieder einmal, ich bin im Revier unterwegs. Heute 30 Grad, volle Hitze, Strahlhaut auf, Vollgas. Aus dem wir heute Revier-Erkundungsfahrt. Eulchenes Stempel, das seht ihr im Hintergrund. Eulchenes Stempel habe ich schon zugespitzt. Borkenkäfer fallen, da will ich aufbereiten. Die hat es umgekaut. Schaut das euch an, die hat es umgekaut, da sind halt so alte, fürchterne Lattl, so Latten halt drinnen, zum hinstellen und da, die sind halt irgendwann einmal durch die Witterung kaputt, dann haut das um und jetzt hauen wir Eulchen hinein und hängen mir die Borkenkäfer voll wieder rauf. Ja, da ist jetzt momentan kein Lockstoff drinnen, da hängt nur einer drinnen, oder? Nein, da hängt keiner mehr drinnen, genau. Der ist eh schon hier. Lockstoff kommt da rein in die Falle und dann zieht das die Käfer an und dann sozusagen der Lockstoff zieht die Käfer da rein. Und dann finde ich es nicht mehr raus, sondern fallen unten, da unten rein und das kann man dann auch wieder rausladen. Also es funktioniert recht gut, das ist eigentlich eine gute Maßnahme, einen Borkenkäfer ein bisschen einzudämmen, sag ich einmal. Mei, die Ohren sagen, das hilft, die Ohren sagen, das hilft nicht. Ich sage, das hilft, weil es wirklich, da sind dann Käfer drinnen. Also, das kann man so rauszwingen, dann kann man so aufmachen. Dann sind da die Käfer drin, da ist jetzt nichts drin, weil auch kein Lockstoff drin, ist ja klar. Und die fallen, die die wir jetzt wieder rauf stellen, da hängt man da den Lockstoff rein. Jetzt zeige ich euch dann noch, was ich da für ihn habe, dann auch. Dann fahren wir die einzelnen, die drei einzelnen Käfer fallen ab. Und dann richten wir die her, dass die gewappnet sind für die Käferzeit. Ja, die kommen da jetzt, wir haben schon ein paar Käferfleck, Käfernester, zeige ich euch jetzt dann auch gleich. Nun, da fahren wir kurz hinten. Und dann würde ich sagen, ist das auch wieder mal eine interessante Sache, was halt wir machen gegen Käfer, ja. Ja, gegen Käfer kostet eigentlich nichts machen, weil ich kostet ein bisschen der Gegenwirker. Wie gesagt, die Käfer vor allem funktionieren super. Jetzt auch ein bisschen den Stempel rein und dann schalte ich die wieder rein. Jawohl. Ja. 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 Ja, ja. Das war's. Das war's. Das war's. Das fertige Produkt schaut jetzt so aus. Aufgestellt ist's. Ja. Klon ist's noch nicht. Sagen wir's einmal so. So. Die alten Ampullen legen da. So schaut die aus. Ja. Und die neue schaut so aus. Fero-Brax heißt das. B-A-S-F. Ja. Das ist auf jeden Fall steht drauf Anlockung des Buchdruckers. Also für den Buchdrucker gibt's noch mehrere verschiedene Lockmittel. Aber wir nehmen aber Fero-Brax. So hat's eigentlich alles ganz gut rausgestaltet. So. Das werden wir jetzt hier einmal auspackeln. Ja. So. Aus diesen Dingern da. Und dann hängen wir das dann da rein. Das Neue. Da hab ich so einen Draul hingemacht. Dann hängen wir das da drüber. Mach ich jetzt einmal. Also das heißt das da auch machen. Wie das schön verschweißt. Gell. Ja. Gut, dass man eine Tasche messen dabei hat. Dann machen wir das mal wieder auf. So. So schaut das aus. Das ist die Ampulle drin. Das stinkt da auch. Entsprechend. So schaut's aus. Und dann. Da rein hin. Was stinkt das? Ich leg mir mal schon. Und dann drüber über den Raut. Und dann da rein in der Mitte. So. Dann hängt das da drinnen. So. Da sieht man's. Da hängt's drin. Dann fliegen die da rein. Und dann. Dann. Finden sie nicht mehr aus. Dann fallen sie runter. Weil sie sich nirgends. Einen Halt finden. Weil das alles ein. Ein glattes Plastik. Dann fallen die da runter. Und jetzt muss ich bloß noch unten. Die ist drumherum. Ja. Deckel drauf. Da ist der Deckel drauf. Dann fallen die da rein. Und kommen nicht mehr raus. Und dann. Dann sind die da unten drinnen gefangen. Und. Da. Kann man halt dann schauen. Was Sache ist. Da geht das. Ganz einfach. So. So soll's natürlich nicht sein. So. Mal abgeben. Mal abgeben. Mal das richtig halten. Ja. Mit einer Hände. Ist halt aber schlecht. Aber das geht schon. So. Und jetzt. schon ist die Klon. Zack. So. Fertiges Produkt. Klon. Die alten Ampullen sind vorbei. Halten in der Regel so drei Monate. Ja. Drei Monate sagen wir mal. Ja. Den nehmen wir mit. Das ist Abfall. Der kann schön locker. Und dann schauen wir mal was drin ist. Ja. Ich hab's jetzt ein bisschen schief aufgestalt. Dass das Wasser auch. Wenn's jetzt da ringt. Da ringt sie auch rein. Dann kann's Wasser da rumlaufen. Und läuft da unten bei dem Lächeln raus. Da sind so Lächeln drin. Ja. Dann ist das auch sauber. Ja. Jawohl. Gut. Dann würde ich sagen. Fuhren wir nach hinten. Zu unserem Käferloch. Da könnt's nochmal schauen. Viel ist nicht unterwegs. Momentan Käfer. Bei uns. Das hält's alles in Grenzen. Würde ich sagen. Das ist alles überschaubar. Da haben die anderen schon viel mehr Probleme. Ja. Fuhren wir schnell zum Käferloch. Hinten zeig ich euch das. Und dann schalte ich wieder rein. Jawohl. So. Jetzt sind wir schon da beim Käferloch. So. Schauen wir mal rein. Also. Da sind noch ein paar Bäume geflogen. Ja. Haben wir umgeschnitten. Allen voran der da war. Der ist lange da gestanden. Der ist schon ein bisschen krank gewesen. Aber der hat's ihn durchgehalten. Jetzt hat er einen Käfer gehabt. Wollt ihr euch noch erinnern? Ich glaub ihr könnt ihr euch noch erinnern. Da hab ich auch mal ein Video rein. Da hab ich meine Kastanien gepflanzt. Hättest du das. Schaut's einmal rein. Ich verlinke es euch in der Videobeschreibung. Das Video. Da hab ich meine Kastanien gepflanzt. Beim Rockermayer Sepp. Gell. Und. Da erinnert. Und jetzt. Ein Grattauter. Ist ein Käfer erinnert. Gell. Da haben wir einiges. Außergeschniehen. Was weißt. Einiges. Bämmerle sind's. Aber ist alles noch in Grenzen. Da haben wir schon. Grasene. Grasene. Sachen gehabt. Die sind alle geflogen. Da. Bis da rauf. Also das Loch. Da erinnert. Das ist alles so Käfer gewesen. Jetzt da nicht. Da ist ja Jungenpflanzung drin. Da war nix. Jungenpflanzung. Jungenbrot. Da war nix. Aber die da. Da rauf ich da. Der Straf. Den hat's alten gehabt. Wo ich alle weiter fliegen auch noch. Eigentlich heißt das weg tun sollen. Weil ich stehe noch Unzeln da. Wenn der nicht schon drin ist. Der Käfer. Ich auch schon. Aber die haben wir alle raus. Und dann haben wir's. Da raus gerückt. Über unsere Rückegasse. Die geht da raus. Ja. Da habe ich eigentlich. Asse. Wärts ohne. Aber da haben wir auch eine gemacht. Weil wir können da nicht ziehen. Da ist auch ein Feld. Da ist ein Feld. Also wir müssen da mit einem Baum da rumgekommen haben. Geht nicht? Da vorne ist nix. Das heißt. Wir haben da. Einen Stichweg rein gemacht. Eine Rückegasse rein. Dass wir da viele rücken können. Da haben wir vorne eine Wiese. Da können wir's hinlernen. Genau. Ansonsten haben wir da erinnert. Mit Föhren. Kiefern. Und da ein Latter Baum. Wenn ihr das seht ihr da hinten. Zum Beispiel. Da ist ein Efeu dran. Da ist ein Efeu dran. Und das waren da Latter. Ein heringestanden. Ein Stück einer Zähne. Mit Efeu dran. Die hat's alter gepackt. Die stehen aber schon ewig da. Mit Efeu. Das ist ja. Der Platz heißt bei uns. Die Efeu-Bäume. Also wenn wir über. Über dem Platz reden. Sagen wir aber die Efeu-Bäume. Und. Dann weißt du wie lange die schon da stehen. Dass der Platz direkt den Namen gekriegt hat. Weil da der Efeu ja viel wächst. Ja. Und jetzt. Jetzt hast du den Platz erwischt. Mit dem Käfer. Ja. Ja. Lange haben sie durchgehalten. Aber der Efeu. Ist normalerweise ein Anzeichen. Dass. Viel Wasser da ist. Also dass er eigentlich ein. Ja. Ein nasser Bohnen ist. Weil der saugt halt. Wie zau der Efeu. Ja. Und jetzt ist halt. Derne. Doch. Hat es geschwächt. Vielleicht hat der Efeu den Baum geschwächt. Und dann. Ja. Da geht der Käfer rein. Ja. Kann sein. Kann er nicht sein. Ihr weißt das schon. Ja. Genau. Das ist jetzt unser Käferfleck. Der hier erinnert. Von heuer. Da hinten. Da hinten. Also. Tränt der Heu. Der Brot. Der Junganpflanzung. Da sind auch ein paar drin gewesen. Also ich meine. Der hier drin. Der ist ein Heuer. Wir haben da woanders. Einen Käferfleck. Aber das ist nicht so gauch. Der hier erinnert. Ist eigentlich am gauchsten. Sag ich mal. Vom Käfer. Dieses Jahr. Ansonsten ist alles überschaubar. Ja. Ein paar Mal sieht man fast keins. Fällt auf heuer. Also ein paar Mal sieht man fast nix. Das ist fast so. Du gehst am Freitag hin. Sagst. Da ist nix. Ist kein Baumehl da. Und am Samstag liegt der hinten herum. Ganz komisch. Ganz komisch. Also entweder wäre der Wind. Das Baumehl weg wäre. Oder was weiß ich. Auf alle Fall. Ja. Auf alle Fall. Ist der Käfer. Der lernt mit. Ich sag's euch. Der Käfer lernt mit. Der ist schlau. Der ist schlauer als wir Menschen. Ja. So. Und jetzt fahre ich noch zu den anderen zwei Käfer. Auf alle. Und dann. Mach ich den noch. Mit dem Stempel. Und dann ist Feueraum behind. Ja. Mit dem Gator. Unterwegs. Schaut's euch an. Top Gerät für sowas. Kannst da rein fahren. Kannst da rein fahren. Kannst da vorne in die Rücke gassen. Wenn ihr wisst. Schöne ich euch einen Stempel dabei. Ja. Das ist meine Werkzeugkistl. Schaut's euch an. Werkzeugkistl. Ja. Ich kann mir nicht einmal Werkzeugkistl leisten. An Karton. An Karton. Oder. Nein. Nein. Ist der ein Trager. Wird einmal. Wird einmal ein gescheites. Mir ein gescheites. Werkzeugkistl. Sponsor. Der schaut einmal in meine Amazon Wunschlisten rein. Da hab ich einen drin. Da hab ich einen drin. Der kann einmal. Der kann einmal. Der kann einmal Runden raus geben. Ja. Da hab ich ein gescheites Werkzeugkistl. Man muss nicht mit dem Karton umeinander fahren. Ja. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht gar. Aber mei. Die Waldbauern haben ja kein Geld nicht. Also. Dumme. Dummes Geschmatzerei. Da fahren wir weiter. Da haben wir ihnen was zu weg bringen. Gearbeit wird. Verstehst du? Was geht. Alles klar. Also. Bis. So. Haben wir schon da. An der zweiten Käfer fallen. Ja. Die Stempel schauen noch. Noch besser raus. Die Lämer drin. Da hängt man bloß einen neuen Lockstoff rein. Die halten noch ein bisschen her. Ja. Oh ja. Na ja. Oh ja. Gut. Halten schon noch her. Da hängt man einen Lockstoff rein. Weil der Lockstoff meine. Der ist. Auch schon fast verbraucht. Ja. Den haben wir auch schon länger drin. Da hängt man ein Ding rein. Und dann passt das meine. So. Ja. 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 Schaut her. Da haben wir sogar Käfer drin. Ja. Gutes Beispiel. Ja. Äh. Äh. Käfer fallen. Die zweite. Da meine ich alle bei der Lockstoff. Nein. Die rechten immer. Aber Käfer sind drin. Na ja. So schaut das aus. Schaut das euch an. Ja. Die liegen schon lange drin. Ja. Ja. Die sind schon direkt getattiert. Ja. So. Vor allem funktioniert schon. Da ist dieser bloß ein Bruchteil. Von dem. Was der Trast um ihn an pflegt. Aber lieber ein Bruchteil wie gar nichts würde ich sagen. Oder? Ja. Ja. Da oder? Da hinten. Da fliegt der Krippel ja. So. Das leihen wir jetzt aus. Weil hier sind eh schon alle. Wie ich das so sehe. Die sind alle schon. 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 Gebrutzelt. Ja. Die leihen wir raus. Wenn jetzt da noch lebende waren. Dann müssen sie den in den Sack rein tun. Dass halt alle verrecken. Ist halt so. Ist ein Schädling. Das ist so. Dann macht ihr unsere ganzen Feuchten kaputt. Ist so. Und das nicht wenig. So. Dann. Teilt das an. Ist das wieder leer. Dann nehmen wir es wieder los. Dann geht es weiter. Ja. Genau. Soviel zu. Die Käfer vorne. Ich stelle jetzt drinnen auf. Ich tue jetzt drinnen noch los. Und dann lade ich noch. Und dann lade ich noch. Lade ich noch die. Die andere. Die dritte. Und dann soll es gut sein. Ich glaube. Da muss ich euch nicht mehr mitnehmen. Ich hatte es jetzt gesehen. Um was das geht. Borkenkäferbekämpfung. Was kann man machen. vor allem. Vor allem auch stehen. Und wenn mehrere Leute vor allem auch stehen. Vielleicht hilft es mehr. Weil viel hilft viel. Oder? Was sagt ihr jetzt? Jawohl. Ich sage auch wieder Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch meine Videos gefallen. Bewertet es positiv. Und es ist ganz wichtig. Abonniert den Kanal. Wenn ihr weiterhin solche Videos sehen möchtet. Darum ja mein Abo. Sackrisch freu. Also. Bis zum nächsten Mal. Aus dem Kronwellig. Ja. Aber hier ist der Bus.